Prozent Prozent der Wetter mit Wechsel und er war ganz kurz und er hat auch nicht alle Brot dann bräuchte ist der Konzertsdinger nicht mehr Stimmt bräuchte ich eigentlich auch in dem Sinne nicht mehr aber ein paar mehr andere Sachen anschauen deswegen das Konzerts blockt ja so viel ja Leute so geht das immer ab wenn wir Langeweile haben die Gemeinde ist ein Prozent jetzt Richtung Süden Prozent er hat denn den Süden er war es nicht er ist gelten das war so ein solcher Anzug an der Anerkennung der Einziger Marzana Sannett sein dr zum Glück werden wir mit dieser Gesangslage kein Thema Problem wegen er hat er will auch wieder darauf er sei es war vorlegen als die Zutaten und umwelt bei ihr besser gesungen haben als das Original deswegen er noch als Frage wollen wir unten beim Pupupup-Schrauber oder oben bei den geschützt Schützschütz eure Sitzung ist nicht anders als Schank hier ist eine Bratpfanne aber gleich dazu reichen wir die Pfanne da ist er hier und ich und Dave haben uns hier schon einmal überlegt wir gehen auf den Hubschrauber gibt es hier sonst noch irgendwo was irgendwas tolles ja ihr solltet nur darauf aufpassen dass ihr nicht unbedingt von Charger Tank und Co. ins Wasser gemessen werdet ich war hier auch schon mal bei der Hubschrauber ist die geilste Taktik eigentlich bei der Brücke weil die alle noch von einer Seite kommen hey hier ist Muni ich stell mal eben Muni auf und weh Racer du Klaus mit meinen Medikern ja ich glaube da liegt ein Medikern wenn du das machst ich hau dir einer runter ich verteile schon mal hier brenzliche Situationen und auch Medikrits und Defis ne ich bringe an dem Wasser aber auch nicht viel ja ich guck krass los kommt man irgendwie auf den ähm hier irgendwas schönes nö kommt man irgendwie auf den Hubschrauber Hubschrauber schrauber schade ich versuch grad irgendwie einen Weg zu finden um auf den kommst du nicht drauf kommst du nicht drauf kommst du nicht drauf hey hier ist ein Defi zwei Medikers was du nicht schaffst das muss mich nicht aufhalten ja 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 schon klar Wasser okay ins Wasser mischen wir nicht man klitscht sich einfach hoch wollte nicht mal ein paar Sachen hier anholen ja ein paar mehr so alles so alles ach so wir sollen zum Achso wir sind Hubschrauber ach und Bob als du aktiviert hast komm doch mal zu mir gerade hier liegt eine haupte abführliche Marete Moment oh das war Klappen ich weiß jetzt nicht welcher von denen man sich aktiviert habe ob ich den nicht mehr auf 1 Alter hat der Problem jetzt hätte ich den Tank aktivieren müssen den Tank-Mod den ich noch habe das Kind am Hartzvieh hey jetzt auch noch mal Moni und Pillen du sagst alles brenn und explodierende bitte mitbringen Bob ja wo soll ich den Weg einfach hier irgendwo hin oder erst mal zum Helikopter hochschmeißen wir kommen aus und der Rest also von oben schon alles mitgenommen Leute wollen wirklich uns schon an den Vorbereiten wir haben bis unsere Felser zu stanken ja wahrscheinlich m es lebt auf uns ja hier da Elton da war da da geht das eigentlich das geht geht das eigentlich nicht geht das eigentlich nicht so müssen wir uns noch mal hier Achtung weiter ach so du passt da ohne Fall klar deswegen ja 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 das wäre es gewesen das wäre es gewesen das wäre es gewesen das wäre es gewesen das wäre das war genial hey John hier what hey hier sind hier ist ein Granatwerfer Dave ja Granatwerfer Polizei Knöppel Benerbräuch ich bin zum Drohling einfach mal in den Granatwerfer falsche falsche Richtung Dame so also ich bin bereit ich werde jetzt zwar nie verzeihen dass ich ihn genommen habe aber schieß bitte mit dem Ding nicht auf unserem Plateau hier rum ok das haben wir nämlich letztes mal gehabt da ist hier alles hochgegangen und das war die Leute das war die das war nicht so gut da unten aus ja hast du mich grad gerufen was yeah so Schlüsselschild Brüder he 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 so fest ok also Leute also ich werde auf definitiv nicht hochgehen Leute ok Leute Bolo also ihr macht die kleinen ich mach die großen fuck das wird kein Spaß meinst du? ja auch das war nicht so ok lass ich den Hand auch schon immer ein Auge mit auf die Brücke haben da kommt wie alle gestorben größtenteils HANDA muss die doch weiter NiiIN ich hab ich, ich hab das ok jetzt ist Action oh nee Leute HURD 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 was hat das mit Rettung zu tun? ja er stand direkt davor ja das war bald gezielt HURD HURD Rettung hat gut dass ich lieber erst mal mit der Macht geht darum rennert es sich so viel Leute haben ein bisschen mehr Gas geben Schuppert hat es für sich und die Don Quintana bei der Weltleute der Umgebung hat man aufgarten Steine Währung was auch an dem Bild der Information wurde genommen Der ist auf der Brücke oben. Oh, der links da. Ne, da kommt ne Matte. Ach, hier. Da kommt er. Die Antikon. Ich krieg ihn. Stein. Ähm, ganz schlecht. Weg da, weg da, weg da. Nein. Autsch. Er ist schon down. George, wehen wohl. Durch dich jedenfalls nicht. Gut gemacht, Bob. Oh. Ja, tief. Jockey. Wo? Rechts. Okay. Auf mir. Auf dich, auf Delfel. Schnell Delfel retten. Schnell Delfel retten. Schon dabei. Hilfe, er zieht mich ins Wasser. Er zieht mich ins Wasser. Gummimmi. Oh. Bob hat Jockey getötet. Natürlich. Mit meinem Schlüsselschwert schließe ich mich in die Herzen der Frauen. Oh oh. Ich hör wieder. Ich hör wieder. Denk. Oh oh. Frage ist von wo. Rechts höchst! Ach du, Hunter! Hunter! Ja, scheiße! Oh! Die kommen dann von rechts! Oh! Ich drehe mich grad so voll auf ein, dass ich voll die Fliebe direkt in die Fresse sprengt! Boah! Fuck! Fuck! Wenn du dann Rechtsklick machst, also auch bloß du stößt, kannst du ihn auch schon abwerfen! Oh! Hab ich mich grad mal schreck, ey! Boah! So, ganz ruhig! Achtung, Achtung! Achtung, Achtung! Achso, da ist ein Tank! Achtung! Der lebt noch! Der Tank lebt noch! Nein! Ich dachte schon, ich sterbe jetzt! Hier! Ich müsste mich irgendwie mal heilen, wenn ich hier nicht umzingelt wäre! Dann stelle ich hinter mich! Achtung! Oh, da kommt ein Schatz da! Rund, Chucky! Achtung, Chucky, auch mehr! Bin schon da! Achtung! Achtung! Chucky! 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 im Verkauf der Röder die Feierkrieg auch wieder weg der ist hinter mir der Verdammt nach der Sektor ich bin der Kranatwerfer Mann okay jetzt muss ich sehen wie es kommt mit mir die Faktor noch so aufgeregt wird es mal abruf ein Ziel mit der Schicht und er will keine Medizin gewesen Prozent ab die Schuhe ab vorgab vorgab Vorkaub die Stoffdachstelle wir haben ein Wester geschlagen er sagt er habe ich nicht gerade so von Karten Ich würde noch 5 Ladies bedrängt werden würden. Ah! Ja, alle platz! Sehr schön! Ich hab halt als Mache geschmissen. Oh man oh man... Ich bin hier voll konsumiert. Ja den! Alter! 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 Alter, ich weiß! Aber ich muss dich retten! Boah! Ich muss! Och noch der Spoker! Och noch! Ey! Nein, nein! Sorry! Wir sind wieder damit, Leute. Schau, ich komme! Ahh! Spitter! Danke! Danke, Herr. was war es mit mir Leute wir haben noch ein Deppi im Wattling oh wisst ihr seid genau in der Spitterkotze chance rennt, rennt, rennt die Zeit holt die Bestleistung, rennt, rennt ich komm jetzt so links wo ist das? ich reck eine Zwo, verdammt 5 1 na 3 ohhhh schade meine Bestleistung war 5,14 also ganz knapp drunter jetzt nicht nur deine Bestzeit ah wir waren jetzt zu zweit mit der Bestzeitrenne ja haha ich glaube ich muss meinen Ton mal ein bisschen leiser stellen die, 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 die mal kurz meinen Ton mal ein bisschen leiser hier also direkt die Sachen mit runter nehmen am besten alles was tragbar ist ich bin ein schwerem Maschinengewehr mit ähm dann pack mal an nimmst du wieder die Pfanne mit? wenn so irgendwo ist ich rechne wieder die Pfanne hier lag doch gerade noch eine Pfanne Alter, der hat er das hier auch so viel vorbereiten müssen nur, aber nee, geht so rein, ich mach mir ein Sandwich das ist dann sie gleich okay uh uh das ist die da auch noch mal die Machete findet ja, da liegt sie noch mal ach, denn du seid ihr und diese hinterm Dixi-Klo liegt noch einer hinterm Dixi-Klo direkt beim Zaun am Dixi-Klo wo der zweite Dixi-Klo, mal gucken ich komm hier nicht hoch, schweiler ah, hier ist ein Dixi-Klo hier ist Munition, Pillen hm ich würd gern äh hallo geht die Tür hier auf wo sind denn hier noch meine Tür? ach, da waren die ah, Machete, sehr schön ja mein Little Pauny la 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 habt ihr denn so gut wie alles? ups Polizei-Schlagstock, liegt da drüben äh, falsche Richtung gut, ihr habt schon gemacht dafür äh, Chunk was zur... scheiße Chunk was für alle was hast du was hast du abgerutscht wo bist du denn? nein, abgerutscht du bist ab ge rutscht alter seriously abgerutscht abgerutscht ha äh, ich... na, woher genau vor Peter, ja komm, rette mich drüber, ja abgerutscht aber au! schür ich dich den Mann schon hinterher hallo 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 ja da ist klar, der Frau hilft so und ich darf wieder kicken, wo ich bleibe oder aber ich habe schon in der Stadt er hat er hat er hat er ist ein Grund da er hat er war aber auch nicht mehr oder nicht mehr auch das ist ich sage lieber der König über die Hälfte aus dem Euro und schafft er hat 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 sich dann ein bisschen tiefer er hat ein bisschen ab in der Art Let's hang in the round Soll ich die Granatwerfer wieder behalten? Bleiben wir hier oben? Ich komme vor den Granatwerfer Ich suche mir wieder eine Machete oder irgendeine andere Nachkampfwaffe Besser, drückst du einen gleicher Stopp? Kann ich nicht? Vielleicht machen wir die Granatwerfer Ja, da ist er Granatwerfer Ne, das will ich gar nicht, ich möchte Dustin Und bitte mal irgendeine Nachkampfwaffe ne Pfanne oder sowas Na perfekt Hier liegen noch recht viele Macheten rum Ich hinde ne Pfanne Wie bereit seid ihr? Sehr bereit Darf hier irgendwo noch ne Machete? Ja, hier liegt einer Gute Sache Für sich gut an Ich nehm Vorsicht, hab mal mal so ein Gastank mit Okay, letztes Wort, gehst du hoch Gehst du hoch, gehst du hoch, gehst du hoch, gehst du hoch, gehst du hoch Geht da hinter der Busch Geht hinter den Busch Ich weiß doch, ich hab eine Frau auch so, da geht's hoch Da geht's hoch Da ist mit kleiner Geheimat, Döne, ich 가� bad, einfach Also nicht Hör loterwееcht Ich darf mit denen Hallo, ich darf mit denen Hallo, hallo, ich darf mit denen Hallo, nirgends dass du nicht dazwischen bist, wenn man hier mit der Machete durchfetzt. Oh! Hey! Lass ihn in Ruhe! Und ich nehme einen Standard-Druckplatz ein. Oh! Smoker! Ne, doch nicht! Ich bin da abguckt! Jockey! Ah! Jockey! Jockey! Smoker! 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 Smoker neben dir! Neben dir! Junk! Dave! Rettet mich doch mal! Bitte! Ich muss einen Bob retten! Dankeschön! Wo ist der Boomer? Hier ist irgendwo Boomer! 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 Hinter dir! Sie sind irgendwo? Heslinggerweiblicher Boomer! Oh! Ich höre den Donkyrat! Der kann ja schon eher sein, ist offenbar. Boob! Seh nur noch Grün! Bob, was mich zu tun hat mit dem Meistern? Ich hab doch mal gesagt! Das geht doch mal der Aufmerksamkeit! Bob, ich hab nicht von gern, aber ich hab auch ab. Das ist der Sächtungs-Sau! Hä, das ist der Boomer! Jetzt hab ich auch! Also oben... Ja, ich hab auch Grün gesehen. Ich war eh angekotzt. es liegt Probe auf aber ich bleib gleich liegen Schanker Klaus vor dem Weg der Oberstelle die Fresse Prozent Anzahnda was ich hier was Gott scheiße ist gut was der Mann heißen wir haben zu haben Problem ersterben ja immer wieder ja schön und du bist die anderen alle sterben hier hat sich beschweren hier haben wir uns mit Freunden es war ja wieder mal gar nicht so erfolgreich aber lass uns doch einfach ein bisschen mehr Action machen, weniger forderbar